Das ist ein Armebuch. Vorhin wollte ich kinderisch von 12 Prinzessinnen verleidern. Doch alles war denen in Dremel grün, wie die zwei Pinsasinnen holten Leber und ihre Pärzweite. Und Dremel war alles anders, jetzt kommen wir mal ein Gliedermaus und die Prinzessinnen hier zu tun. Dann auch nur Rock, hier nur der Virus verspricht. Und wie mal konnten die Prinzessinnen nach mir reiten gehen. Sie durften auch nicht mehr auf den Spielplatz gehen. Sie konnten auch nicht mehr an Schuhe bei dir verlieren. Und das Schlimmste war, dass wenn sie eine Dafferin bei ihr Bubi und ihre Bubi. Zwei, vier, drei ist der Coronavirus ganz besonders schlimm. Die zwei Prinzessinnen haben überlegt, was sie machen können. Es gibt auch ein Mädelisch, Käthe. Sie müssen den Zauberwachsenen und sie schreiben. Der Zauberwachsenen hört immer leise. Es gibt ein Problem, den zauberen Wachsinus ist ganz schwer zu vorne. Hier kann sie einfach verändern. Die zwei Prinzessinnen haben hier ein überall Gesicht. Und ganz im Königreich haben Prinzessinnen ein Gesicht. Wir sehen uns hier näher ins Front. Und wenn Prinzessinnen nicht gestorben sind, dann sehen sie schön seine Haut.